Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Wine & Fire. Heute präsentiere ich euch einen schönen Cuvée aus dem Weingut Sebastian Korrel aus Bosenheim. Dazu machen wir schöne Garnele. Wer Bock drauf hat, bleibt dran. Hier haben wir den Cuvée von Sebastian Korrel aus Bosenheim. Das ist ein Traubencuvée. Das ist Weißburgunder Chardonnay und Spätburgunder Blanc de Noir. Das sind ein Traubencuvée. Vor dem Kältern kamen die zusammen. Hochdisch. Citrus auch wieder. Schön, da sind... 40. Zum Wohl. Säurebeton im Abgang. Oh, sehr schön. Ganz toller Wein. Seht ihr da eine schöne Farbe, der Blanc de Noir? Ein bisschen raus. Ganz tolle Farbe. Super Wein. Gelungen, Sebastian. Schöner Cuvée. Top. Wie gesagt, Weißburgunder Chardonnay und Spätburgunder Blanc de Noir. Top. Findet ihr nachher dann auch in der Videobeschreibung unten auch den Online-Shop. Sehr schön. Dann passend zu der Jahreszeit haben wir dann ein Sommergericht ausgesucht, dass wir die Sonne ein bisschen reinlassen. Ich finde halt, dieser Wein wird harmoniert mit Sicherheit mit den Garnelen, dieser Säure halt auch und der Soße, die ich jetzt gleich ansetze. Von daher haben wir uns für dieses Gericht entschieden und wie gesagt, so ein bisschen Sonne, jetzt so ein bisschen Bob Marley anmachen oder wie auch immer, dann könnt ihr da schön nachkochen. Also wir fangen an. Ich schneide jetzt erstmal den Knoblauch. Dann machen wir schon ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, dass das warm wird. Ein guter, ein schöner, guter Schuss. Einen Knoblauch rein. So, für den Fisch habe ich jetzt mal Handschuhe angezogen. Bisschen besser. So, wir lassen das also wie gesagt ruhig ein bisschen brutzeln, dass die schön braun werden. Da können wir auch gerade noch ein Schlückchen von dem ganz tollen Cuvée probieren. Super. Super Wein. Und meines Erachtens Säure zu Garnelen harmoniert. Deswegen, und das bringt der komplett mit, der Cuvée. Oh, schön. Sehr gut. Schön in der Nase. Angenehm. Müsst ihr probieren. Dann machen wir die Garnelen jetzt mal in das Pfännchen. Die sind schon vorgegart, deswegen braucht man da jetzt gar nicht so lange. Dann kommen jetzt zwei Esslöffel Senf dazu. Die Besonderheit, einen guten Schuss Bier, etwas Zitronensaft und ihr kennt mich mittlerweile, Chili. Und ein bisschen Pfeffer natürlich. Das Ganze köcheln wir jetzt gut ein, bis die Soße schön cremig, gelblich, dickflüssiger wird. Und circa zehn Minuten sind jetzt rum. Die Konsistenz sollte so sein, wie jetzt hier die Soße. So seht ihr es. Und da die ja schon vorgegart sind, die müssen wirklich dann nur noch warm gemacht werden. Also das passt durch Sinser auf jeden Fall. Und das probieren wir jetzt mal. Boah, wenn ihr das riechen könnt. Mh, herrlich. Und da kommen wirklich Sommergefühle hoch. Wahnsinn. Sehr stark. So. Dann Garnelen, Essen, vielleicht nicht alle von euch jeden Tag. Ich zeige es mal ganz kurz. Kurz, die Kamera, verschiedene Arten, Essen. Ich esse halt immer gern so. Und man nimmt hier vorne den Kopf, dreht ein bisschen, zieht den ab. Dann hat man da den Kopf ab. Und hinten den Schwanz auch so ein bisschen ziehen. Ganz leicht. Dann ist der auch ab. Und geht dann von unten an den Bauch und kann dann nach links und nach rechts die Füße, beziehungsweise die, die die Haut noch wegmachen. Dann hat man eine wunderbare, schöne, komplett Garnelenkörper. Aber es gibt viele, die machen diesen Darm raus. Ich lasse ihn drin, weil der schmeckt mir wirklich gar nicht. Man kann das machen. Das ist eine Heidenarbeit. Kann jeder machen, wie er möchte. Wir probieren das jetzt so. Fehlt nur noch das Rauschen vom Meer. Super. Ein bisschen Brot. Schön mit dem Sud tunken. Genau das habe ich gemeint. Genau das. Das harmoniert wirklich. Die Schärfe. Diese, das Bier schmeckt man gar nicht mehr. Das kocht ja schön raus dann. Mit dem Knoblauch, mit dem Senf. Das ist eine komplett runde Sache. Und mit dieser Säure des Cuvées von Sebastian Korrell aus Bosenheim. Rundet die Sache 100% ab. Kann ich mir empfehlen. Macht es nach. Auch jetzt hier bei dieser Jahreszeit ruhig mal ein Sommergericht. Geht ruck zuck. Wenn ihr möchtet. Schaut euch die Beschreibung alles im Video unten an. Auch das Rezept, wie das mit den Garnelen nochmal geht, schreibe ich rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es nach. Genießt es. Genießt die Zeit. Und denkt vor allem dran, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ciao. Genießt die Zeit. Vielen Dank.